Hallo Leute und herzlich willkommen zu der lang ersehnten neuen Battle Staffel und wir fackeln jetzt gar nicht lange rum, alle Informationen erhaltet ihr später in den einzelnen Folgen der Teilnehmer und starten jetzt einfach mal mit der Vorstellung der Teams, links von mir haben wir Marcel und Topra, ja die sind ziemlich behindert und rechts von mir haben wir Wechsel und Tom, und der charmante Kerl der hier auch alle schön schlägt ist der Fix und der ist mit mir im Team und ich würde sagen, sehen sie uns gleich wieder, bis gleich, tschüss und los, komm weiter gehts, los, komm 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 komm, auf gehts, Battle Staffel Jo Freunde herzlich willkommen zu einer neuen Battle Staffel Alter jetzt wirds Nacht Hallo Guten Tag Es geht wieder los, Staffel 2 auf meinem Kanal We are back bitches Staffel 2 Leckst du Alter das Essen Du leckst grad um nicht, mein Internet ist mal wieder super Alter Ja Ja lass mal hier nen Baum abbauen, die dürfen uns jetzt eh nicht angreifen, von daher Jo 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 Aber wir sollten vielleicht mal auf Regeln erklären Komm los gehts Ja ich baue hier mal nen Branschen Also, was haben wir Ja Wie in der letzten Staffel, die ersten paar Folgen, also die erste Session jetzt wird Friedensfolge sein Richtig Teams dürfen sich nicht gegenseitig angreifen Ähm Tod durch Mobs zählt dieses Mal Auch in den Friedensfolgen Tod durch Mobs zählt Ja genau und jedes Team hat vier Leben Genau Wir haben eine neue Innovation und zwar Whatsapp Ja, 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 ja Äh, kommst du her? Wo bist du? Ich hab schon ne Workbench schon, ich mach eine, okay? Ja gut Ja ich glaub Wir haben ein Problem Warum? Oh, so doof ey Hast du die Workbench? Ja, hier So, gut Wir machen uns beide erstmal nen Schwert und äh Achse und so So, Schwert Warte, ich mach zwei, ich mach zwei Schwerter, hast du schon nen Typ? Ja, ich hab schon nen Schwert, ja Okay Hier geht Achse nochmal so Ja Äh Spitzacke Okay, Maxler hatte keine Admin mehr deswegen Oh Fuck Ich hab nicht nachgedacht Du bist natürlich ein Subuchin, aber egal, ich hab's noch Ecker, gut, okay Komm, weiter geht's Okay, hier haben wir natürlich ne Wüste, das ist natürlich beste Voraussetzung Der hinten ist ein Dorf, oder? Ne Ne Doch, das ist ein Dorf Is ein Dorf Loll Ey, unser Essen stirbt Was ist denn mit unserem Essen? Alter Du leckst bei mir richtig ordentlich oder läufst du einfach nur bescheuert? Oh Ey, guck ob Kisten sind Guck ob hier Kisten sind, guck ob wir irgendwas finden Wenn wir hier schon irgendwie Wenn wir hier irgendwas finden Kaktus kann man doch hier Wasser und so, ne? Hier ist nichts Ähm, wie machen wir's diesmal? Sollen wir die Karotten anpflanzen, oder? Ja, wir pflanzen auf jeden Fall was an Hier ist ne Kiste Aber ich muss mal ein bisschen was essen, weil ich hab schon ne Waffe Ich hab schon ne Waffe Ich hab ne Waffe Okay, was für eine? Die K98 Richtig geil Ich hab'n Ich hab'n Parachute Also ein Pfeitschirm Und ich hab'n Ich hab'n Hose Schneehose Wo bist du? Da bist du Okay Ist das schon drin? Bei ihm? Das ist nur ne Workbench Da ist nix drin Ja, das ist nur ne Workbench Okay, komm weiter geht's Dann müssen wir weitergehen hier Alter, jetzt ist aber hier Wir müssen stehen bleiben damit unser Essen regeneriert Okay Oh, komm mal mit Hier unten Perfekt Oh, Höhlen, Höhlen, Höhlen Ja, Mann Oh, ne, ne Moment Bleib oben Okay Der hier schön mit Was ist denn hier? Was machst du? So, weiter geht's, komm Jut Alter, was ist das mit dem Essen? Leckt das so, oder? Regeneriert das wirklich, oder? Ich check's nicht Was ist das mit dem Essen hier? Keine Ahnung Hier ist noch ne Höhle Gut Vielleicht leckst du auch einfach nur Weil bei mir bewegst du dich auch gerade richtig So komisch vor zu Ich hab'n Mein Ping ist ganz hoch Also, keine Ahnung Egal Nevermind Ähm Es geht um Whatsapp, genau Hier ist nichts mehr Achso, ja Also, der Der liebe Dongse Der kann ja programmieren, ne? Und der hat Ne? Hat das Wort von mir? Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst Ja, genau, richtig Tobra Super gemacht, auf jeden Fall Achso, ja? Ja, und der hat eine Ja, nicht eine App, sondern halt Wie sagt man, ein Server? Du leckst auch und ich kann nichts abbauen Alter, das leckt aber ultra Ja gut, das liegt aber nicht an mir, ne? Ja, das liegt dann mit Dominik Leck ich auch vom Ton her oder nur vom Oh, ist das ein Kriegt man aus Hund Fleisch? Aus Hund Fleisch? Ey! Wenn wir Hunde haben Hast du Knochen? Ne Ah fuck, wenn wir die Wenn wir die Hunde haben Ja, kann ja sein, dass du irgendwas Ich reiß mir kurz einen raus, okay? Äh, wenn wir Ne, wenn wir Hunde haben Ist das Gute, dass wir die dann angegreifen Wenn wir angegriffen werden Kann wir hier ein Way Wie können wir hier Ah, Waypoint auf B Gut Hundis Mach mal du ein Waypoint hier hin Hundis So, ich hab Hundis gemacht Ja, komm mit Wo gehst du hin? In die falsche Richtung Wir wollen weiter weg Ja, also der Doms hat sich da was einfallen lassen Was ganz leckeres Ja Und zwar, ähm Gibt es eine Nummer Die wir entweder einblenden Oder unten in der Beschreibung verlinken Da könnt ihr euch Äh, also die speichert ihr euch einfach im Handy Dann habt ihr das als WhatsApp Kontakt Dann schreibt ihr die an mit Ausrufezeichen anmelden Dann bekommt ihr eine Meldung Dass ihr euch erfolgreich registriert habt Und dann bekommt ihr Updates zu Let's Battle Also, wenn irgendein Team eine Folge hochgeladen hat Wenn wir eine Folge hochgeladen haben Wahrscheinlich auch dann mit Teaser-Videos Klein Genau Das bekommt ihr alles mit dann noch Also, einfach Wenn die Welt ist das Also, wir müssen dann selber noch aufs Go Von Doms erwarten, weil Aber ihr braucht keine Angst haben Also, wenn Wollen wir uns in den Berg bauen? Ja, kannst du machen Also, ihr braucht Lass uns mal Wollen wir uns in den Berg bauen? Ich glaube, das wäre eine ganz gute Basis, oder? Oh, Alter Das ist richtig heftig Ja, ich muss alles dreimal abbauen Äh, ihr braucht keine Angst haben Das heißt, wenn ihr Das heißt Das heißt, wenn ihr, ähm Ja Jetzt, was wollte ich jetzt sagen Genau, ihr braucht keine Angst haben bei WhatsApp Weil wenn ihr Oder wenn die Battle Staffel aufhört Hört auch automatisch dieser Newsfeed auf So, das heißt, ihr braucht jetzt keine Angst haben Dass ihr da Unmengen an Nachrichten kriegt Was weiß ich Dass ihr dazu gespampt werdet Ich mach dir mal Steinwerkzeug und so, ne? Ja Ja, das sind voll viele Hunde, Alter Ja, das ist gut Umso mehr Hunde, umso besser Hier liegt ein Schwert Hinter dir Ja, hinter mir Ich bin schon ein Stück weiter gelaufen Aber gut Ich weiß Warte, bleib hier Dann kann das Holzschwert mal hoch Ja, ich bin noch da Hier, bin ich, hallo Hier, bitteschön Knuggi Das kann ich Ja, wirfst du doch noch da, wo ich nicht stehe Jetzt sammle ich deinen Müll auf Du nimmst immer meinen Müll, du Mixer, du Pisser Hier, jetzt auch noch was Dein Schwert auch weg So, jetzt ist die Frage Warte, jetzt Bauen wir uns in den Berg Bauen wir uns Ach, die Axt Bauen wir uns in den Berg Bauen wir uns in den Berg Ne, Stripmine ist verboten Wir machen kein Stripmine Ich wollte mich einfach nur runter an den Berg bauen Letztes Mal haben wir auch Durften wir auch Also ab 1 Ich verstehe bei der 1.8 Irgendwie gerade das Essen nicht Keine Ahnung, Digga Ich glaube wir laggen einfach so Wir brauchen was zu essen Wir können nicht in die Höhle gehen Bevor wir was zu essen haben Nichts zu essen haben mein Schuh Ja, genau Ähm Also wir brauchen entweder Essen oder Wasser Ich bin in der Wüste oben Oben beim Wasser Wüste oben Da hinten ist ein Tempel Nice, komm mit Wo bist du da? Hier bin ich Komm mit Da hinten ist ein Tempel Wenn wir in die Richtung gehen Siehst du den? Ja Das ist so richtig schön wie du dich gerade bewegst In der Luft Server restart Nice Kurzer Cut Kurzer Cut Also wir sehen uns gleich wieder Tadaa Fuah So Freunde Wir sind wieder da Back am Start Da hinten ist ein Tempel Oh Hier ist ein Zombie Du da aufpassen ne? Ja ich bin Ich hab Fleisch Auf jeden Fall Rotten Flesh Guck in den Ecken Guck überall Ob wir hier irgendwo Kisten finden So pass auf Nicht dass du jetzt runterfällst Da müssen wir runter Guck mal nach unten Wie kommen wir da runter? Äh Wir bauen uns runter Bauen uns runter Aha Dann mach du mal, ne? Also wir haben da unten Wenn wir Glück haben Ja es leckt auch noch So Alex wenn wir Glück haben Bleib direkt hinter mir bitte Ja Wenn du unten bist Darfst du nicht auf diese Druckplatte treten Sonst sind wir tot Welche Druckplatte? In der Mitte liegt ne Druckplatte Siehst du die? Mhm Dieses Stein Ja genau Da darfst du nicht drauf treten Wenn du da drauf trittst wird ne Falle ausgelöst Meistens Ja Dann treten wir da mal nicht drauf ne? Ich nehm jetzt die Kisten aus Ja mach das mal Zwei Diamanten Nice Pass auf gell Ich hab ne verzaubertes Buch Ne Granate Waffen Alter mein komplettes Inventar ist voll Gold Kein Eisen Zwei Diamanten Egal Die glauben uns das eh nicht Wegen dem Erfolg Weil wir den Erfolg nicht haben Ja wegen dem Achievement Weil du das nicht hast Schnell raus Schnell weg hier Weit weit weg hier Sind schon full DIA Yo wahrscheinlich Die haben schon einen Ofen Ja Ich seh den Border Siehst du den? Vor uns direkt Kür 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 Schlachteeeenn Oh dieser Regen ne? Der müssen halt aufpassen Also wir nicht außerhalb des Borders kommen ne? Können wir nicht Der wird ja nicht kleiner Kau tipper Bewegt er sich? Bewegt er sich? Wart ich geh mal kurz zum Border Beweg'n Ich glaub nicht Nee der bewegt sich nicht Aber ich würd nicht dahinter laufen ne? Fuck this system Okay Dikkar Okay, gut. Eigentlich gibt es Schaden. Nee, wenn du da, wenn du außerhalb bist. Du kannst aber einmal, also so ein bisschen... Okay, lass mal weiter in die Richtung gehen, auf der anderen Seite der Wüste hier. Wo die, genau hier, in die Richtung. Ach, da, wo ich eh schon hingelaufen bin, na gut. Ja, genau. Also wir brauchen eine Höhle und wir brauchen Eisen. Hier sind noch mehr Kühe. Lass uns sonst erstmal die Kühe essen. Dann können wir, können wir nämlich das Holz verbrennen und das Kuhfleisch braten. Das wäre eine Idee, oder? Dann müssen wir die Karotten nicht verbrauchen. Und können uns... Ja, richtig. Okay, gut, richtig. Dann haben wir einen guten Plan. Ich habe übrigens ein verzaubertes Buch, und zwar Protection 3. Das ist gut. Okay, da hinten sind Sugarcans. Schiech. Willst du die mal holen? Äh, ja, nein. 30 Verzauberungen. Ah, ja. Warte kurz. Soll ich es jetzt abbauen, oder nicht? Wozu brauchen wir es? Ich weiß nicht, wenn wir nochmal verzaubern wollen. Nimm es mit. Ich habe auch, ich habe gerade nicht die Pläne offen. Das nervt mich ein bisschen. Du hast die Workbench. Ich habe auch schon eine American Weapon Box, fällt mir gerade mal auf. Ah, cool. Stell mal alles hin, hier. Was können wir bauen? Die Thompson können wir bauen. Das ist nice. Die hatten wir doch letztes Mal. Mhm. Ja, wo du mal. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um, ne? Ja, ich mache uns einen Ofen und praktisch. Kannst du mir das Fleisch geben, bitte? Und dein Holz. Mhm. Ich muss den Block wieder zweimal. Nein, muss ich nicht. Alter, das ist noch schlimmer als vorher gerade. Ich habe nur noch zweimal Cobblestone. Holz, Fleisch. Warte, ich habe nur noch zweimal Cobblestone. Dann müssen wir nochmal holen, ne? Kannst du mir Cobblestone bringen? Unter uns ist eine Höhle. Wo? Ich weiß nicht, ich habe eine Fledermoske gehört. Ich werde gerade was sagen. Ich habe die Minimap gar nicht an. Ich habe hier einen sehr guten Plan. Ich brauche hier irgendwie Steine. So, da ist sie auch schon an. Ach, egal. Lass einfach nach unten. Ja, ich gehe mal nach da hinten. Da war irgendwas. Nein, komm mit. Lass einfach hier nach unten gerade. Ne, da komme ich nicht durch wegen dem World Border. Wir dürfen hier nicht buddeln, Digga. Ich darf buddeln, wie ich will, Mann. Das ist Stripminen. Stripminen ist was ganz anderes. Hier sind Steine. Dann bauen die doch ab, Mann. So. Anu? Wow, ich habe einen ganzen Stein. Ja, hier haben wir was. Hier ist auch Eisen. Ne. Dann bau ab. Oh, je, je. Da ging es kurz runter. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Mal gucken, dass keine Mobs kommen. Also, ich würde ganz, ich würde erst mal sagen, lass uns doch. Ja, ich baue dir hier ein bisschen Ding ab, ne? Bisschen Stein brauchst du noch, oder? Ja, ich glaube, ich habe genug. Aber Stein startet nie, ne? Ja. Müssen wir jetzt noch irgendwie hochbauen. Jetzt war hier halt nichts zum hochbauen. Das ist ein bisschen blöd. Na gut. Brudeln wir uns mal so durch. Da hinten bist du? Alter, bist du weit weg. Äh, hier haben wir Holz. Und das ganze Fleisch ist hier. So, das Fleisch brutzelt. Nervt ein bisschen, dass du immer nur ein Abbau... Also, Abbauern dann kurz warten musst. Ja, das ist abver... Aber komm. Wir sehen tatsächlich Abbauern. So, ich sollte mal ein bisschen was essen, ne? Ich habe sogar ein Emerald. Den könnten wir vielleicht gebrauchen. Stand Ammo, Browning. Ich habe M1 Carabine zweimal. Ich habe einen Metal Propeller. Ich habe einen Gold Horse Armor. Die können wir vielleicht nachher noch gebrauchen. Da hast du hinter dir liegt Stein, ne? Ja, danke. Ich würde mir mal ein bisschen Fleisch hier... Jo, ähm... Also, kriegt jeder sieben Stück, ne? Ja. Gut, lass weiter in die Richtung gehen. Da ist es. Guck mal, da siehst du schon die andere Ecke des World Brawlers. Es ist so ein Tempel... Es ist bescheuert, dass wir eine Wüste haben hier. Wir müssen gleich an der Wand lang weitergehen, ne? An der Wand... Weiter... So, okay. Also, ich habe einen Metal Propeller. Den brauchen wir eigentlich nicht. Ich behalte ihn erst mal. Wir haben eine Granate. Hier, ich gebe dir mal eine M1 Carabine. Warte, hier. Ich gebe dir noch eine Waffe. Hier ist noch eine Waffe. Ja, Muni habe ich leider nicht. Ich habe nur Stan Ammo, aber... Ich glaube, die kannst du nicht gebrauchen für die Dinger hier. Nee, kannst du nicht gebrauchen für die Dinger. Ich habe zehn Knochen. Wollen wir zu den Hundis? Wir gehen gleich zu den Hundis, okay? Mhm. Können wir machen. Gut. Alter, das ist beste erste Folge ever. Kannst du mir mal ein Steak geben, bitte? Aber ich muss sagen, dafür, dass wir letztes Mal gar keinen Start hatten, sozusagen, ist dieser Start hier umso besser. Mhm, aber man muss ja, ne? Ja, wir lernen dazu, ne? Ja. Ich, äh... Oh, gib mir das Eisen. Ach, nee, behalt. Ähm... Ich würde kurz zu den Hundis gehen und wiederkommen. Ja, aber mach mal. Ich versuch so lange zu überleben. Ja, du schaffst das schon. Du bist ein großer Mann. Ich hätte vielleicht Essen mitnehmen sollen. Ach, never mind. Das ist eh noch Friedensfolge. Also alles gut. Ja, aber wenn du jetzt stirbst, zählt das, ne? Ja, ich weiß, aber woran sollte ich sterben? Oh, ich bin tot. Ich nehme deine Höhle fälscht. Keine Ahnung. Ja, ja. Ach, du machst schon mit... Oh, gut. Ich bin etwas agiler als du, mein Freund. So, hier waren die Hundis. Wo sind die Hundis? Wo sind die... Oh, ich hab Kohle gefunden. Ja, dann nimm die mal mit hier, lecker. Ähm, bleibst du bitte da, wo wir eben waren? Sonst finde ich dich nie wieder. Ja, ich bin hier. Ich warte, bis das ganze Zeug immer fertig ist, damit ich das Eisen reinpacken kann. Weil ich weiß ja nicht, wo die Workbench ist. Die Hasch, glaub du. Folgen Ende. Ja, gut. Dann sollen wir stehen bleiben, nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, du hast für die erste Folge. Jo. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Töööö. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö